Das so klingt, was für ein komisches Wort, so neu und coolios, wer hätt gedacht, dass das etwas ist, was unser Leben trifft. Es schwebt in der Luft, der unsichtbare Geist, aber die Erde wird wärmer, das ist kein Schwer, das ist ernst. Hey, Kinder, habt ihr davon gehört? Gasokrine steht mit in den Büchern, ist das nicht ungerecht? Sie ist kleiner in der Runde, der Gletscher schmilzt, dann lernt ihr, was das komische Gasokrine bewirkt. Die Welt brennt, das Thermometer steigt, die Wälder bringen, aber wir bleiben stark, wird Gasokrine in den Mäusen schon noch kommen. Vielleicht verstehen wir dann, dass das nicht nur ein Schmäh ist. Gasokrine oder vielleicht ein Zitron, die schmeckt sauer und scharf, wird ein bisschen ein Zitron, der nicht aufgerüttelt, wenn man endlich begreift, dass da was Großes dahinter steckt. Hey, Kinder, habt ihr davon gehört? Gasokrine steht mit in den Büchern, ist das nicht ungerecht? Wenn sie das Klima ändert und der Gletscher schmilzt, dann lernt ihr, was das komische Gasokrine bewirkt. Das Licht wird schwächer, Rauch umgibt uns, wir fragen uns, wo ist die Lektion? Was kommt als nächstes? Werden wir's lernen, bevor's zu spät ist? Oder wird Gasokrine die letzte Frage sein überstellt? Hey, Kinder, habt ihr davon gehört? Gasokrine steht mit in den Büchern, ist das nicht ungerecht? Wenn sie das Klima ändert und der Gletscher schmilzt, dann lernt ihr, was das komische Gasokrine bewirkt. Die Welt dreht sich weiter, die Zeit vergeht schnell, wir warten auf den Tag, an dem Gasokrine sein Platz findet. In der Zwischenzeit, fragt eure Lehrer, zögert nicht, wann werden wir lernen, was das Gasfamigerhopfen wirklich tut. Die Welt dreht sich weiter, die Zeit vergeht schnell, wir warten auf den Tag, an dem Gasokrine sein Platz findet. In der Zwischenzeit, fragt eure Lehrer, zögert nicht, wann werden wir lernen, was das Gasfamigerhopfen wirklich tut. In der Zwischenzeit, fragt eure Lehrer, zögert nicht, wann werden wir lernen, was das Gasfamiger ist.